Hallo liebe Gäste vom Trieberger Weihnachtstauber, ich bin der Martin von den Alphornbläsern Schönwald und wir haben hier auf der Bühne unseren jüngsten Alphornbläser aus Deutschland hier mitgebracht, unseren Linus und wir haben hier schon unseren Gästen drei, vier Stücke zu Gehör gebracht. Viel Spaß hier beim Trieberger Weihnachtstauber. Musik 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 Musik